und damit herzlich willkommen zurück zu der division 2 hier bei explorer ip schön dass du eingeschaltet hast wir sind wieder am campus weil hier haben wir noch ein bisschen was zu erledigen im öffentlichen bereich aufsuchen zum beispiel ja damit haben wir wieder neue aufgaben das ende der welt entdeckt okay wir sollen mit arturo pena reden neue projekte neuer dienst verkäufer was sie brauchen finden sie hier so neue projekte das ist automatisch oder wo ist denn arturo pena u de fack ist arturo sollte mir doch auf der mappe angezeigt werden ich bewundere mich auch jeden tag aufs neue kohlenfasern spenden brustpanzer brauchen wir zwei wenn der kaiser rettung helfen oder was war es noch nachschub aktivitäten sd aber arturo haben wir immer noch nicht hier sind zwei blaue das ist arturo agent wir erhielten einen notruf von leuten aus der nähe des finanzministeriums sie werden von outcast drangsalierte und brauchen hilfe da können sie doch was machen oder das gebäude ist hinüber jemand hat es mit einem sattelschlepper gerammt wir können nur durch den nebeneingang wie ist die lage hier spricht schon von der community beim finanzministerium das gebäude ist hinüber jemand hat es mit einem sattelschlepper gerammt wir können nur durch den nebeneingang rein welche ok dann äh holen wir uns das svd hier haben wir gerade eben gemacht und äh ne wir brauchen nichts dankeschön gut ich spiele aufs neue wo es ja ein relativ kleines gebiet ist so sollte man da auch eigentlich recht fix durch sein feindlicher kontrollpunkt wurde entdeckt was bläst 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 Was? Warum konnten wir das jetzt hier aufmachen? Die Sauberlängerung. Bei meinem Internet kann es nicht sein. Das ist prima. Ah, hier ist der Schildtag. Ist mir sonst noch was? Wieder düster, ist gerade mal ein bisschen hell gewesen. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich verklickt. Ja, ist gut. Danke. Oh, nicht schon wieder so ein Dipper. Ich mach dich kalt! Ich muss die Stellung messen! Ja, dann mach mal! Was ist hier? Ich schätze es! Ich schätze es! Ich muss im Wurfreich weiterkommen! Ich schätze es! Ich schätze es! Ich schätze es! Ich schätze es! Geh doch, Alter. ich muss zu einem besseren platz registriere zusätzliche feindkontakte brenne blut das brennt schwer gepatzelter feind erkannt das brennt Das ist eine der Welt, okay. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Okay. Okay, dann nimmt er ja. Bei der M4 habe ich jetzt... Ich meine, ich habe Dauerfeuer wechseln. Macht ja nur Einzelfeuer. Okay. Jetzt wieder. Das wäre echt hässlich. Agent braucht Verstärkung. Alles in Flammen! Sie wollen mich umgehen! Shit! Scheiße! Lass keinen in die Nähe! Es gibt immer einer dort. Sich näher an Feinde erkannt. Warum? Ich brauche mehr Munition! Ich brauche mehr. 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 Outcast erwischt! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Und hier auf geht gar nicht! Brenne! Da gehört wir! Ach man. Fammisch. Wer gehört hier? Das war der Letzte! Unglaublich, dass ich noch lebe! Das Ende der Welt. Sehr schön. Okay, dann äh... Dann, was haben wir hier? Ressourcenkonvoi. Outcast. Das Lagerbericht auf diesem Weg wäre unsere Zeit wertvolle. Okay, dann wollen wir da gucken mal, ob wir da so ein bisschen aufmischen können. Interessantes Objekt entdeckt. Ja. Dankeschön. Oh, das war das. Plupp, plupp. Plupp, plupp. Plupp, plupp. So die perfekte Waffe für mich habe ich immer noch nicht gefunden. Aber das war das. Los, los, los. Ähm, ja. Dann holen wir uns das SAD noch. Was ist das mit, ne? Das ist aber lag eigentlich. Was ist das mit, ne? Wir sind zu sauerhaft. Wö? Nein. Ja, ich auch. Outcast ist gefallen. Gefallen ihr. Scheiße, ich muss ihr weg. Ich glaube sie ganz froh haben oder nicht. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Hands up. Hoa. Schwere Verwundung entdeckt. Ich bin ein Wettbewerb. Das ist Level 18. Oh Gott. Zugangsschlüssel entdeckt Jut, Jut Umgebung gesichert So Ich werde nur durch die Garage gehen können Doch nicht Umgebung gesichert Wichtiger Gegenstand entdeckt Elektronisches Gerät erkannt Was? Wie? Mhm Wann er jetzt rein? Ja nicht Ja nicht Ja nicht Drei Gegenstände in meinem Haus Wann irgendwo einen Eingang geben Irgendwie wären wir doch da Komm Reinkommen Wie auch immer Jetzt ein Bleistück So No, no, no Ja nicht Ja nicht Ja 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 machen wir ja auch einen Cut, weil wir sind bei 24 Minuten. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Ciao, ciao.